Aufgabe Nummer drei. Jetzt müssen wir uns überlegen, wann soll denn was passieren? Und das sind unsere Trigger, das sind die Auslöser. Kennt ihr ja. Haben wir schon mal gemacht in einer kleinen Übung mit unserem Flitzi. Also die Wolke, die da rumgeflitzt ist. Wir müssen uns jetzt im Text überlegen, wann soll denn eigentlich was passieren? Es ist eigentlich recht einfach. Da drückt man drauf und da erscheint ein Fußabdruck. Wenn man den dann drückt, kann man da drauf drücken und kommt man dann auf die nächste Folie. Wenn ich auf das Bild klicke, dann erscheint eine Blume, die dann halt gegossen werden muss. Und wenn ich da drauf klicke, dann kommt man auch ins Bad. Wenn ich auf das Bild klicke, dann komme ich auf die nächste Folie und das ist dann eben ein Kinderzimmer.